Hi Leute, was geht ab? Wie geht's euch? Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Gleich gibt es auch noch ein bisschen Musik, damit wir wieder aufwachen, kurz vor es zu Ende ist. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Genau, und ich werde euch eine Weihnachtsparodie vorsingen, wenn ihr Bock drauf habt. Sie hat es schon erzählt, ich mache Musikparodien, Rapparodien auf YouTube, Insta, TikTok, dies, das. Also kurz ein bisschen Schleichwerbung. Und ja, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wer freut sich schon? Okay, das sind wahrscheinlich die Singles. Für uns ist es der Horror, das Fest der Liebe, wo die ganzen schleimigen Bilder hochgeladen werden vom Weihnachtsforum. So diese Pärchenbilder. Kennt ihr diese? Wir sind so verliebt und haben beide diese Strampelanzüge im Partnerlook an. Aus der Kinderabteilung oder wo auch immer die her sind. Ich habe das nie verstanden. Mit den Weihnachtsmützen oder so im Schnee, diese verschleimten Bilder, kennt ihr die? So die Frau unten auf dem Schlitten und der Typ so dahinter. Und du siehst das so und du so, ich hasse euch. Aber egal, ich like, weil ich bin ja Gönnerin. Also ich bin ehrlich, ich hate jetzt so künstlich, aber das Erste, was ich machen werde, wenn ich einen Typen habe und nicht mehr Single bin, ich werde ihn so hart zwingen, dass wir einen Weihnachtsbaum kaufen und so erstmal 6000 Bilder davor vorproduzieren für die nächsten 10 Jahre. Scheißegal, ob es Juli oder August ist. Wir holen jetzt einen Baum und wir machen jetzt diese scheiß Bilder. Ich will auch mal so richtig zeigen, wie cool und verliebt ich bin. Ja, schuld daran, dass wir Single sind, sind leider, ihr kennt den tollen Begriff, es ist so ekelhaft, die Fuckboys. Ich hasse dieses Wort. Oder es ist so widerlich. Also auf Englisch klingt es cool, auf Deutsch so Fickjunge. Oh, warte mal ganz kurz, mein Fickjunge hat mir geschrieben. Oh, mein Fickjunge hat mir Feuerflammen geschickt. Das ist irgendwie so widerlich. Also das Neueste ist ja, toxisch, kennt ihr bestimmt, Toxic Boys, finde ich treffender, weil sie sind toxisch. Sie zögern so diesen Heartbreak einfach raus auf drei Jahre, so, bald bin ich bereit, bald. Hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Ich bin gerade noch nicht ready, aber hab Geduld, so als ob die so plötzlich nach 10 Jahren, ey, jetzt, jetzt will ich eine Beziehung. Hab ich noch nie verstanden und das Problem ist, dass wir Frauen darauf reinfallen und auch Klatsche auf diese Typen bleiben und das alles mitmachen. Es ist nicht Naivität. Es ist diese eine, diese eine optimistische, ja, bei mir ist es nicht egal, diese eine überpositive, optimistische Freundin, die immer so ist, Schatz, der liebt dich, der kann nicht mehr, Schatz. Der hat drei Wochen nicht geantwortet, ist völlig normal. Schatz, das machen Männer, die gehen auch manchmal sechs Wochen nicht ran. Es ist, also der ist verrückt nach dir, guck dich mal an. Ich bin so, echt, okay, wirklich, glaub mir, du bist Traumfrau. Es ist nicht schlimm, wenn er nicht antwortet und dann kommen diese Ausreden, als wäre sie so seine Anwältin. Ja, der ist bestimmt busy oder hat Corona oder sonst was. Und ich bin so, okay, langsam geht so mein Confidence wieder hoch, ja, Mann, der liebt mich. Drei Wochen nicht antworten, scheißegal, ich bin seine Traumfrau. So, Problem ist, wir haben auch alle das Gegenteil, diese überpessimistische Freundin im Freundeskreis, die ehrliche auch genannt, die meistens Kettenraucherin ist, oder Eikos. Die ist dann so, wie lange hat er nicht geantwortet? Zwei Minuten. Der hasst dich. Der hat keinen Bock auf dich. Dann kommen so alle Worst-Case-Szenarios. Der hat safe eine Freundin. Eine Frau. Kinder. Guck mal, ich bin deine Freundin, oder? Du willst ja, dass ich ehrlich bin. Dafür sind Freundinnen da. Erträgst du die Wahrheit? Ich bin so, nein. Ich bin so, die wollen der nächsten Brücke springen. Ja, dann TikTok erstmal öffnen, springen ein Jahr direkt erstmal 10.000 Videos an. Das Neueste sind ja jetzt diese Hobby-Psychologinnen, kennt ihr die, die so, wenn ein Mann will, dann will er, dann macht er. Du wirst es merken. Er wird es zeigen und wenn er es nicht tut, lass ihn los. Du bist es wert. Arbeite an deiner Selbstliebe. Liebe dich selbst. Wo ich mir so denke, Digga, fick dich. Ich liebe mich selbst. Ich will mal von jemand anders geliebt werden. Was soll das? Ja, und das Problem ist halt bei mir, ich bin so mit 12 irgendwie darauf hängen geblieben. Ich stehe halt auf Can-Ex, ja, auf so Rapper-Typen, diese ganz harten. Dazu muss ich mal meine Gucci-Cap jetzt anziehen. Gefälscht aus Türkei vom Market, aber guter Preis, 2 Euro. Und die sind, ja, die sind die Besten, ja, die sind richtig hart und so. Aber wenn es dann so zu Gefühlen und so kommt, weißt du, dann ist du plötzlich so mit Shisha im Mund. Das Problem ist, weißt du, ich wurde mal so richtig mies verletzt, so, das hat richtig wehgetan von meiner Ex-Freundin. Und seitdem, ich habe so, ich habe so miese Bindungsängste, so. Und wie spricht man das aus? Bindungsängste, ja. Und ich kann mich jetzt wirklich erst mal nicht mehr öffnen. Wallah. Wirklich, also ich muss auf mein Herz aufpassen. Und du denkst dir so, what? Digga, ganz kurz, du warst 10 Jahre im Knast. Du stichst Leute ab. Du knallst angeblich jeden Tag jemand ab. Aber du hast Angst vor deinen Gefühlen. Also das sind ja echt die Besten. Anyways, das ist immer dieselbe Leier, Leute. Genau wie der Song Last Christmas. Jedes Jahr, wahrscheinlich doch die nächsten 6.000 Jahre, 6.000 Mal, jeden Tag an Weihnachten gespielt wird und um die Weihnachtszeit. Und deswegen habe ich den ein bisschen umgeschrieben. Und den spiele ich jetzt zum Finale hier für euch. Damit wäre schön. Und ja, wünsche euch viel Spaß. Ihr dürft jetzt auch so richtig schleimig so machen. Und so mit Kerzen und so. Oder tanzen, was auch immer. Weihnachten steht vor der Tür. Und ja, DJ Franz, der ist wirklich Franz im Franz-Club. DJ Franz, drop the beat. Okay. Letztes Christmas war ich klatsche auf dich. Dieses Jahr immer noch. Langsam wird es toxisch. Safe nächstes Jahr. Sind wir dann ein Paar. Red ich mir ein Hunder klar. Du sagst, du brauchst ein bisschen Zeit. Für was fest ist. Bist du noch nicht bereit? Okay, sag mir Baby. Nur wann und wo. Weil ich warte auf dich wie ein Hurensohn. Meine Freunde sagen, lass dich nicht verarschen. Und ich, Idiot, verteidige weiter seine Taten. Mir egal, ob er ghostet. Und komm, ich hab sein Weihnachtsgeschenk noch schon längst besorgt. Ups. Dieses Christmas bin ich. Klatsche auf dich. Nächstes Jahr bestimmt auch. Shit, dann wird es peinlich. Ich red mir ein. Da wird noch was draus. Und glaub dran, wie ein Kind an den Nikolaus. Am Weihnachtstisch werd ich schief angeschaut. Familie fragt, warum meine Begleitung nicht auftaucht. Gute Frage. Das ist der Grund, warum ich mich mit Blühwein besauch. Cheers. Alle Arme huscheln Romantik überall. Und mein Toxic Boy ruft mich höchstens nachts zum Knall. Scheiße, ich brauch ne neue Taktik, wie er sich in mich verliebt. Okay, Achtung, jetzt kommt der Toxic Boy. Jetzt kommt der Kennegg. Der noch nicht bereit ist. Mädel, hör mal zu jetzt hier. Hör mal zu jetzt. Du Nervensäge, lass mich in Ruhe. Sinn nicht zusammen, lass das Getue. Bin lieber mit meinen Jungs, mit Shisha im Mund. Kein Nerven, Weiber, Dramen ohne Grund. Hau ab. Wurden verletzt von meiner Ex. Seitdem will ich Frauen, nur noch fürs Bett. Bindungsgestört komplett, 100 Ollen im Chat. Ich will keine feste Freundinchecks. Niemals werden wir in eine Beziehung kommen. Nicht dieses Weihnachten, nicht nächstes und auch nicht übernächstes. Merry Christmas, ihr Schlaf. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Mein Name ist Isabella Luna. Es war toll, danke. Merry Christmas. Ries an Applaus. Für meine Beste Freundin, Isabella Luna. Woo! Daniela Luna. couldn't spirit.